Playoff bedeutet für mich All-In. Die Chance auf etwas Großes. Emotionen, Spannung und Leidenschaft. Kampf um jeden Ball. Pure Leidenschaft. Spannung und Nervspitzen. Haut zur Arbeit. Voller Fokus. Fight to the end. Noch mehr Energie und noch mehr Stimmung in der Halle. Seid auch ihr dabei. Alarm Schufe Orange im Duke's Castle. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.